Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TutorialGarage.com. Freut mich, dass ihr wieder mit einem Startsatz und wie ihr seht, es geht wieder weiter mit unserem HTML5 und CSS3 Grundlagen Tutorial. In den letzten beiden Videos haben wir uns ja angeschaut, was wir alles mit Listen veranstalten können, welche Orten von Listen es gibt und so weiter. Heute schauen wir uns an, wie wir Listen stylen können. Eigentlich war von mir geplant, dass wir alle drei Videos in einer Datei stattfinden lassen, allerdings wird das Ganze langsam unübersichtlich und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, zwei neue Dateien in unseren Listenordner anzulegen. So, dann schauen wir uns an, was ich da erstellt habe. Ich mache einmal die alten Dateien hier zu, die Listen.html-Datei und hier drüben die Listen.css-Datei und schon richten wir mal unser Augenmerk auf unseren Listenordner, den haben wir hier. Darin befinden sich jetzt drei weitere Dateien. Einmal die liststyle.html, dann die liststyle.css, das ist ja alles noch sehr gewöhnlich. Und zu guter Letzt habe ich auch noch ein PNG, eine Bilddatei hinterlegt. Wofür wir das brauchen, werde ich euch im Laufe des Videos zeigen. So, in der liststyle.html-Datei, wie immer, ein HTML-Grundgerüst erstellt mit unserem Snippet. Darin habe ich dann den Titel vervollständigt, Listenstylen in CSS3. Ich habe natürlich auch die liststyle.css-Datei hier referenziert. Und im Body habe ich schon einmal vier Listen, ungeordnete Listen, angelegt. Ich habe da ein bisschen was reingeschrieben und habe an jeder Liste eine eigene Klasse gegeben. Diese Klassen habe ich natürlich auch schon vorbereitet in der CSS-Datei, damit das nachher alles ein bisschen schneller geht. Hier haben wir die Klassen, List A, List B, C und D. Allerdings, da steht noch nichts drin. Und wie gesagt, das Ganze ist momentan nur vorbereitet. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt da momentan im Browser ausschaut. Ich refresh das sicherheitshalber nochmal so. Und hier haben wir unsere vier ungeordneten Listen. Und da kann man schon erkennen, was wir heute hier veranstalten wollen. Bei der ersten Liste wollen wir den List Style Type verändern bzw. anpassen. In der zweiten Liste wollen wir die List Style Position verändern. Bei der dritten Liste wollen wir ein List Style Image hinterlegen. Und da werden die meisten jetzt den Aha-Effekt von euch haben. Dafür ist nämlich dann das PNG. Und in der vierten Liste werden wir dann eine Kurzschreibweise anwenden, um die davor gelernten Eigenschaften in einer Zeile zu hinterlegen. Gut, wechseln wir wieder zurück in den Ato. Die erste Liste haben wir ja hier stehen, wo wir den List Style Typen verändern. Was ist der List Style Type? Der List Style Type sagt aus, wie das Vorzeichen aussehen soll. In unserem Fall ist es jetzt momentan hier vorne, sind es diese gefüllten Punkte. Wie schaut das Ganze aus? Wenn wir das keine Punkte haben wollen, sondern sagen wir Quadrate. Da nehmen wir List Minus Style Minus Type Doppelpunkt. Und Quadrat heißt auf Englisch Square. Dahinter dann ein Semikolon. Wir speichern das Ganze, wechseln rüber in den Browser, refreshen das Ganze. Ihr seht jetzt, dass wir hier bei der ersten Liste bereits Quadrate angezeigt bekommen. Alle anderen haben noch diese runden Punkte, die gefüllt sind. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, die werde ich dann im Anschluss an das Wichtige dann hier unten alle hinterlegen, damit ihr, wenn ihr das wollt, die Datei runterladen könnt und auf euren Rechner speichern könnt, dann habt ihr das Ganze bei der Hand. Und für diejenigen, die es nicht speichern wollen, beziehungsweise nicht abtippen möchten, verlinke ich noch einen Link in die Videobeschreibung von w3schools.com. Da findet ihr sämtliche Variationen vom List Style Type. Gut, schauen wir uns das nächste an. Hier wollen wir die List Style Position verändern. Und damit ist jetzt nicht gemeint, Abstand zum rechten, linken Rand oder oben oder unten, so wie wir es schon kennengelernt haben. Am besten, ich zeige euch, was damit gemeint ist. Wir gehen wieder in den Atom, gehen in die nächste Liste, nämlich mit der Klasse List B. Wir rücken ein bisschen ein und sagen hier List Style Position, Doppelpunkt. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal Outside und einmal Inside. Outside ist der Default-Wert. Das heißt, wenn wir diese Eigenschaft nicht definieren, dann wird automatisch Outside verwendet. Das bedeutet, dass das, was wir gerade im Browser gesehen haben, Outside ist. Um jetzt eine Änderung für diese Liste zu kreieren, müssen wir den zweiten Wert nehmen, nämlich Inside. Semikolon nicht vergessen. Wir speichern das, wechseln wieder rüber in den Browser und refreshen das Ganze. Und jetzt seht ihr, ich vergrößere das Ganze mal und ziehe eine kleine Hilfslinie ein. Es ist jetzt alles in den Content-Bereich gewechselt. Was meine ich mit Content-Bereich? Ich kann ja das Ganze mal auf Untersuchen klicken. Wir haben hier, nehmen wir die andere Liste hier, die Punkte sind jetzt im blauen Bereich. Und wenn wir hier gucken, der blaue Bereich ist der Inhalt, also der Content. Rundherum haben wir dann als erstes das Padding, dann käme die Border und ganz außen hätten wir das Margin. Das haben wir schon kennengelernt. Und die Punkte bzw. die Vorzeichen dieser Liste sind jetzt innerhalb des Content-Bereichs angesiedelt. Im Gegensatz zur anderen Liste darüber, da sieht man es ganz genau, da sind die Punkte im grünen Bereich und der grüne Bereich ist hier im Padding-Bereich. Noch einmal zum Vergleich. Hier haben wir die Punkte im blauen Bereich, also im Content. Das sind sie Inside und hier haben wir die Vorzeichen, die Vierecke, die Quadrate außerhalb des Contents. Das ist die List-Style-Position Outside. So, dann machen wir das wieder mal zu. Wechseln wieder rüber in den Atom. Gucken wir uns gleich die nächste Liste an. Und hier steht drinnen, wir werden ein List-Style-Image verwenden. Dazu wechseln wir in unsere CSS-Datei und sagen bei der Klasse List-C List-Style-Image. Image-Doppelbank. Wie wir jetzt da unser Image hier angeben können, unsere Bilddatei, die wir auch in unserem Ordner liegen haben, das haben wir schon mal kennengelernt. Wir geben das an über eine URL, also URL. Dann kommt die runde Klammer und in dieser runden Klammer kommt der Pfad. Da die Bilddatei allerdings bei uns im selben Ordner liegt wie die HTML bzw. CSS-Datei, ist der Pfad recht einfach. Wir müssen nur den Namen der Bilddatei angeben. Und das ist in unserem Fall pfeil-rechts.png. Wir müssen am Ende noch das Semikolon setzen, speichern das Ganze ab, wechseln rüber in den Chrome, um, refreshen das Ganze und jetzt sehen wir, dass wir hier keine Punkte mehr haben, sondern die Bilddateien. Für dieses Bild habe ich mal in Photoshop eine kleine Datei erstellt, eine PNG mit transparentem Hintergrund und habe da drauf einen kleinen Pfeil hinterlegt und diesen Pfeil dann halt quasi als PNG gespeichert. Ich rate euch dringend, wenn ihr euch so etwas anlegt, ebenfalls einen transparenten Hintergrund zu machen. Natürlich hätte ich das auch mit einem weißen Hintergrund machen können. Das würde man jetzt hier gar nicht sehen, aber nehmen wir an, ich hätte heute einen weißen Hintergrund auf meiner Webseite und in zwei Jahren entscheide ich mich um, weil sich zum Beispiel die Farben meiner Firma oder meines Logos geändert haben, dass die Website jetzt nicht meinen weißen Hintergrund hat, sondern ausnummer einen blauen Hintergrund. Dann würde dieses Image hervorstechen, weil es einen weißen Hintergrund hat. Und wenn man einen transparenten Hintergrund verwendet, wird es dann nie Probleme geben. Gut, auf zur nächsten Liste, die letzte Liste, was ich mir schon vorbereitet habe. Es kommen dann noch ein paar weitere, aber da müsst ihr dann nicht quasi zuschauen, wenn ich die reinschreibe. Da zeige ich euch dann nur das Ergebnis. Die letzte Liste, da wollen wir eine Kurzschreibweise anwenden, damit, wenn wir zum Beispiel eine Liste stylen wollen, mit einem List-Type, mit einer Position und so weiter und vielleicht sogar noch ein Image, dass wir das alles in einer Zeile hinterlegen können. Und das Ganze funktioniert so, wir schreiben hier List-Style, Doppelpunkt. Dann nehmen wir gleich einmal das, so wie wir es oben haben, die Reihenfolge, die ist oben nicht zufällig gewählt, die ist nämlich so gewählt, wie es jetzt da bei der Kurzschreibweise anzugeben ist. Wir geben als erstes an Square, dann kommt, sagen wir, Insight und zu guter Letzt kommt die URL mit der Pfadeangabe, Pfeil-Rechts.png und am Ende wieder ein Semikolon. Wir müssen das speichern, wechseln rüber, refreshen das und jetzt sieht man es wieder. Das Image wurde hier verwendet. Das Ganze ist jetzt Insight, also innerhalb des Contents sind die Listen-Vorzeichen hinterlegt. Jetzt wird sich allerdings der eine oder der andere die Frage stellen, was soll denn der Blödsinn? Wir haben hier ja angegeben, das Vorzeichen soll ein Quadrat sein. Und bei der übernächsten Anweisung haben wir gesagt, das Vorzeichen soll ein Bild sein. Das ist ja quasi doppelt gemoppelt und das könnte man sich sparen. In diesem Fall wäre das Square der Fallback. Für den Fall, dass ich mich zum Beispiel hier vertippt habe bei dem Bild oder dass dieses Bild nicht mehr auf meinem Server liegt oder, 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 das Bild kann nicht geladen werden, aus was für einem Grund auch immer, dann greift das, was hier vorne steht, ich speichere das jetzt einmal hier ab, jetzt steht Square Insight und die Datei soll heißen Pfeil-Rechts.png. Wir refreshen das Ganze, schauen was passiert. Ihr seht, die Bilddatei konnte nicht geladen werden. Der Fallback auf das schwarze Quadrat hat stattgefunden. Es ist trotzdem eingerückt, weil wir gesagt haben Insight. Ja, alles so wie wir es haben wollten. Also nicht vergessen, hier vorne haben wir gleich einmal den Fallback hinterlegt. Dann kommt die Position, ob es innerhalb des Contents die Vorzeichen sitzen sollen oder außerhalb des Contents. Out-Seite ist Standard, Insight muss man halt immer anwählen und die URL zu einer Bilddatei. So, ich habe euch ja schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele List-Style-Types, die wir halt hier auswählen können. Wir haben halt jetzt da hier, wie wir das separiert angewählt haben, uns für ein schwarzes Quadrat entschieden, also English Square. Es gibt allerdings noch ganz viele Möglichkeiten davon und da werde ich jetzt noch ein paar Listen hier einfügen und die CSS-Datei damit bestücken, dass wir uns das nochmal kurz zum Ende des Videos angucken können. So Leute, ich habe da jetzt ein paar Listen, ungeordnete und auch geordnete Listen eingetragen. Ich habe die hier in der CSS-Datei dann halt mit dem richtigen List-Style-Type versehen. Schauen wir uns das mal kurz an. Ich habe da noch zwei Überschriften oder besser ist, wir gehen rüber in den Browser. Ich glaube, das ist hier ein bisschen übersichtlicher. Wir haben hier die drei List-Style-Types für ungeordnete Listen. Da brauche ich nicht viel dazu sagen, ihr sitzt dann immer gleich links daneben, wie das Ganze ausschaut. Der Circle schaut eben so aus, wie hier links daneben dargestellt. Die Disc kennen wir schon. Das ist quasi der gefüllte Punkt. Darunter den Square, den haben wir heute auch schon kennengelernt. Und wieder darunter gibt es dann die List-Style-Types für geordnete Listen. Da seht ihr halt immer dick gedruckt, wie dieser Style-Typ heißt. Beziehungsweise links daneben, wie das Ganze halt ausschaut. So, sollten irgendwelche Fragen oder Probleme zu diesem Video auftauchen, kein Problem. Postet es mir das unten einfach in die Videokommentare und ich werde dann so rasch als möglich darauf antworten. So, und damit bin ich schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich recht recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beziehungsweise hilft euch weiter. Und wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt, nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitungen in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao.